Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Format bei Exercise Inside Out. Ich freue mich sehr, euch heute die erste Folge des 2024 Adventskalenders zu präsentieren. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr über viel Zuspruch, viel positives Feedback gefreut, was sich auf meine Folgen, aber auch auf Gastfolgen bezogen hat. Und das hat mich so beflügelt, dass ich gesagt habe, da möchte ich gerne der Community ein bisschen was zurückgeben. Mittlerweile ist Exercise Inside Out auch in den Spotify und Apple Podcast Charts angekommen, was mich sehr freut. Und da habe ich gedacht, das nimmst du jetzt mit und habe mir überlegt, dass es ja ganz schön sein kann, wenn man so jeden Tag bis Heiligabend so einen kleinen Exercise Science Snack quasi mitnimmt. Also ihr müsst euch vorstellen, nicht so eine große Sushi-Platte, wie das dann in den monatlichen Folgen der Fall ist, sondern diese ganz kleinen Häppchen für jeden Tag im Dezember. Und so kam die Idee, dass ich euch jetzt immer jeden Tag eine Studie vorstelle. Dazu habe ich mir mal sechs verschiedene Zeitschriften aus der Sportwissenschaft oder auch aus der Sportmedizin herausgesucht. Und da habe ich mir wirklich brandaktuelle Studien rausgezogen und die möchte ich euch jetzt quasi jeden Tag ein Stück weit präsentieren. Das ist auch sehr, sehr praktisch, wenn ihr es nicht mehr geschafft habt, einen Adventskalender zu basteln, dann könnt ihr euren Lieben oder SportkumpanInnen gerne einfach jeden Tag diese Folge zuschicken. Und da ist mit Sicherheit für jeden was dabei, weil ich auch bewusst geguckt habe, dass verschiedene Themen mit drin sind. Es wird über hochintensives Intervalltraining gehen, Hypertrophie, Leistungsdiagnostik, Coaching, Gesundheit, Parasport und auch noch ganz viel mehr. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, das weiterzuleiten und hier dabei zu bleiben. Und am 24. da erwartet euch dann ein ganz besonderes Überraschungspaket. Was das ist, das werde ich euch jetzt noch nicht verraten. Da müsst ihr natürlich jetzt dranbleiben. Aber auf dem Weg dahin bekommt ihr auf jeden Fall einiges aus dem Repertoire der Sportwissenschaft geboten. Damit wir jetzt so ein bisschen reinkommen und damit ihr so eine Idee habt, worum es geht, habe ich mir für die erste Folge überlegt, dass man muss ja auch so ein bisschen reinkommen. Und im Sport ist es ja auch üblich, dass man sich warm macht, dass es ein Warm-up gibt. Und da kann man sich ja durchaus fragen, ist so ein Warm-up eigentlich überhaupt sinnvoll? Und genau dazu habe ich einen Artikel gefunden und zwar diesen hier, ihr seht es jetzt im Video eingeblendet, von Cuenza Fernandes und KollegInnen, die im Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports einen Artikel verfasst haben, der am 6. Oktober diesen Jahres akzeptiert wurde. Und die spanische Arbeitsgruppe hat sich hier mit dem Thema gewidmet oder der Frage gewidmet, ist Warm-up preservation modulated by biological maturation and sex effects on lower limb performance? Hier ging es im Wesentlichen um die Frage, welchen Einfluss hat ein Warm-up, beziehungsweise ein sogenanntes Re-Warm-up im Vergleich zu einer passiven Pause, sowohl auf die Sprungleistung als auch auf die konkrete Start-Performance bei jugendlichen SchwimmerInnen. Die Jugendlichen, die hier untersucht wurden, waren im Alter zwischen 10 und 18 Jahre. Es waren insgesamt 84 an der Zahl und davon fast ausgeglichener Männer- und Frauenanteil, Frauen 35 und Männer 49. Das Niveau, auf dem sich die Jugendlichen hier bewegt haben, war so regionales bis nationales Niveau, dass man das mal einordnen kann. Aus vorherigen Studien wusste man schon, dass etwa 15 bis 20 Minuten nach einem Warm-up die Muskeltemperatur substanziell abfallen kann, was den ursprünglichen Warm-up-Effekt durchaus aufheben kann. Das heißt, das, was wir jetzt besprechen, ist im Grunde für alle Sportarten relevant, die mit sogenannten Call-Rooms konfrontiert sind. Also sprich, die nach einem konkreten Warm-up eine gewisse Zeit in einem Raum verbringen sollen, bis sie wieder an den Start kommen können. Und da gibt es jetzt mehrere Probleme. Das eine ist, dass man eben nicht alle möglichen Sachen zur Verfügung hat. Also man hat dann ja selten irgendwie den großen Kraftraum mit großen Gewichten irgendwie da zur Hand. Und zum anderen weiß man auch manchmal gar nicht, wie lange das jetzt überhaupt wirkt. Und die Frage ist, was kann ich vielleicht in diesem Call-Room machen, um diese Performance-Declines, die ich eventuell aufgrund der reduzierten Temperatur erleide, aufzuhalten? Kann man nicht da irgendwas tun oder hat das sowieso keinen Effekt, weil sich das eh in diesem Zeitrahmen nicht großartig verändert? Deshalb hatte die Arbeitsgruppe hier im Wesentlichen zwei Bedingungen. Und zwar haben die das so gemacht, dass man erstmal ein 10-minütiges Warm-up an Land hatte. Das bestand aus dynamischem Dehnen, Beinschwünge, kurze Sprints, um einfach so die Beine vor allen Dingen vorzuaktivieren. Und man hat dann 10 Minuten Pause gehabt. Und dann gab es zwei Bedingungen, die alle ProbandInnen hier in randomisierter Reihenfolge absolviert haben. Das eine war, dass man sich hier die passive Pause rausgesucht hat. Das heißt, man ist hergegangen und hat einfach umgesessen, so wie man das in Call-Rooms manchmal dann erlebt. Sie haben schon darauf geachtet, dass die Sachen, die man trägt, gematcht sind, sodass man jetzt hier nicht davon ausgehen kann, dass da Temperatureffekte mit reinspielen. Die andere Gruppe hat hingegen ein sogenanntes Re-Warm-up gemacht. Dieses Re-Warm-up dauerte 20 Minuten und bestand im Wesentlichen aus zweimal eine Minute Gehen. Bei Minute 5 und 10 dieses, Entschuldigung, bei 10 und 15 von diesem Warm-up wurden fünf Counter-Movement-Jumps gemacht, also Sprünge, wo man wirklich einmal runter geht und sich dann wieder nach oben katapultiert. Also man muss sagen, ein wirklich auf mehreren Ebenen sehr überschaubares Warm-up. Und an verschiedenen Zeitpunkten, direkt nach dem eigentlichen Warm-up und in der Folge, hat man sich jetzt bei beiden Bedingungen verschiedene Dinge angeschaut. Das war einmal eine klassische Sprungdiagnostik, um zu schauen, wie verändert sich die Sprunghöhe bei diesen verschiedenen Bedingungen. Das hat man sich übrigens auch mit Kraftmissplatten angeguckt, um auch so Leistung mitzutesten. Es wurde sich aber auch, und das fand ich ganz spannend, der spezifische Schwimmstart angeschaut. Und das sogar mit zwei Videokameras, die aufgenommen haben, jeweils rechtwinklig zur Sprungbewegung mit 100 Hertz, um eben auch zu schauen, zum Beispiel, wie schnell streckt sich das Kniegelenk. Also da hat man sich die sogenannte Winkelgeschwindigkeit angeschaut. Das heißt, man hatte so ein bisschen aus Basisdiagnostik, aber eben auch spezifische Schwimmdiagnostik, um eben zu schauen, auf was hat das Ganze einen Einfluss für die ExpertInnen unter euch. Man hat das dann hinterher mit Kinovea ausgewertet. Das ist eine Software, die man dafür nutzen kann, um 2D-Bewegungsanalysen als erste Näherung auszuwerten. Weil es aber aus vorhergehenden Studien bekannt ist oder zu vermuten ist, dass die Entwicklung und Reifegrade, gerade bei jugendlichen SchwimmerInnen, einen Einfluss auf das Re-Warm-Up haben können, hat man sich jetzt eben verschiedene Parameter rausgesucht, um so diese Leute einzuklassifizieren. Man spricht da in der Wissenschaft auch öfter mal von der Peak-Height-Velocity, also quasi wie ein sogenannter Wachstumsschub und hat die dann eingeteilt, wie nah sie da dran sind. Da gab es eine relativ umfangreiche Formel für Männer, also für Jungs und Mädels. Da ging dann zum Beispiel ein, das Alter, das Körpergewicht, die Größe, die Beinlänge als auch die Sitzlänge. Und dadurch wurden die dann entsprechend eingeteilt. Wenn ihr das nochmal genauer nachlesen wollt, findet ihr das natürlich wie immer auch verlinkt. Also die Studie ist in den Shownotes, sodass ihr dann nochmal genau nachschlagen könnt. Jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage, was kam raus? Also was konnte man jetzt hier herausarbeiten? Und interessanterweise war es so, dass im Vergleich die passive Pause, wenn wir die vergleichen mit der Ausgangsbedingung nach dem ursprünglichen Warm-Up, etwa 5% schlechter ausfiel, was jetzt die Sprungfähigkeit, zum Beispiel die Sprunghöhe angeht. Umgekehrt war es so, dass wenn ich mir die Re-Warm-Up-Bedingung anschaue, dass da die Sprungfähigkeit im Verhältnis sogar ungefähr 3% besser war. Das heißt, da konnte man sehen, dass eben das Re-Warm-Up, was die Sprungleistung angeht, durchaus einen positiven Effekt haben kann. Und ähnliches konnte man auch hier beobachten für die schwimmspezifische Winkelgeschwindigkeit im Kniegelenk. Die war bei passiver Pause leicht reduziert und bei einem Re-Warm-Up sogar leicht erhöht. Minimal aber tatsächlich nur. Obwohl sich dieser Trend bei nahezu allen Geschlechts- und Reifegruppen zeigte, scheint der größte Effekt oder beziehungsweise die größte Relevanz tatsächlich bei männlichen Schwimmern, die eher einen höheren Reifegrad zeigen, also eher schon etwas ältere, fortgeschrittene Schwimmer, dass da der Effekt am größten ist. Die AutorInnen schreiben aber selber, dass das jetzt hier mit Nuancen zu tun hat, scheint also wirklich ein Effekt zu sein, der überall relevant ist, vor allen Dingen aber da bei den Männern. Zusammenfassend konnten die AutorInnen damit die Bedeutung eines Re-Warm-Ups im Zeitraum 20 bis 30 Minuten vorm Start aufzeigen, die nicht nur für AthletInnen und TrainerInnen eine entsprechende Bedeutsamkeit haben kann, sondern vielleicht auch VeranstalterInnen dazu anregt, die Ausgestaltung des Callrooms nochmal zu überlegen. Man sieht, dass man braucht gar nicht viel, also es braucht nicht irgendwie die hohen Lasten, speziell im Jugendbereich kann das wirklich auch ganz minimale Bewegung, kann das schon einen Effekt haben. Aber dass man den Leuten vielleicht einfach noch mehr Möglichkeiten bietet, dass wir vielleicht noch etwas, was dazu beitragen kann, dass wir demnächst noch bessere Performances hier erleben. Ob diese Effekte auch auf andere Sportarten übertragbar sind, welche Bedeutung ein Re-Warm-Up im Becken, also wirklich schwimmenderweise, haben könnte und welche Interaktionen zwischen Reifegrad und der Technik des Springens und der Sprungleistung da noch mit reinspielt, das muss definitiv noch diskutiert werden und gibt auf jeden Fall genug Stoff für weitere Studien, die sich dem Thema widmen können. Ich hoffe sehr, dass ihr etwas aus dem Ganzen mitnehmen konntet und dass euch das erste Kalendertürchen zugesagt hat. Ich hoffe, ihr macht euch dann vor dem nächsten Kalendertürchen entsprechend noch mal ordentlich warm und könnt für euch da was mitnehmen. Teilt die Folge gerne weiter, wie gesagt, wenn ihr selber keinen Adventskalender machen konntet. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder am Start seid, wenn wir die Exercise Science Snacks hier auf dem Plan haben. Mein Name ist Oliver Quittmann, das ist Exercise Inside Out und bis zum nächsten Mal. Ciao!